Hallo Freunde und willkommen zurück. Es ist Giveaway Time und heute gehen wir Thomas Müller Away. Und ich habe hier schon mal die Liste von den ganzen Teilnehmern in Random Org kopiert und habe auch schon mal die Doppelten raussortiert. Ich hoffe mal, diesmal ist mir da kein Fehler unterlaufen. Ich habe die einfach alle alphabetisch sortiert und dann auf Doppelte gecheckt. Ich klicke mal hier durch. Hier seht ihr mal die ganze Liste. Ich glaube 140 Leute waren es ungefähr. Ich weiß es gar nicht. Sehen wir gleich. So, sind wir jetzt am Ende. Jetzt haben wir es. Okay. Also wir machen wieder wie immer drei Ziehungen und der dritte, bei der dritten Ziehung, der erste, der wird gewinnen. Fangen wir an. Erste Ziehung. Da sehen wir 151 Leute neben dem Teil. Jetzt kommt die zweite Ziehung. So, und jetzt kommt der Gewinner von Thomas Müller. Gewonnen hat. Lachen XX, der sich immer beschwert, dass er nichts gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass das Ultimate Team bald wieder läuft, damit wir die Transaktionen über die Bühne bringen können. Denn aktuell wisst ihr ja, läuft gar nichts. Weil irgendwelche spaßigen Leute EA wohl gehackt haben und irgendwelche Bronzespieler für 15 Millionen aufgekauft haben und damit den ganzen Markt kaputt gemacht haben. Wollen wir mal hoffen, dass sie das bald in den Griff kriegen. Und dann werde ich auch wieder weitere Verlosungen machen. Ich sage dann erstmal Tschüss und bis bald. Macht's gut, Freunde. Musik Vielen Dank.